ja wenn er sieht hinter mir ist mein zelt da steht es da habe ich geschlafen ja meine flasche wasser mein rucksack steht noch da dann habe ich hier zwischen zwei bäume liege ich hier ja einfach nur einfach schön ein schöner platz eigentlich bis auf dieser diesem zug der hier andauernd immer jede halbe stunde fährt aber ansonsten ist es hier richtig toll man sieht hier ist auch der rhein direkt hier ja und dann würde ich mal sagen los geht's mit dem zweiten teil ich würde sagen es war schon erstmal ein kaffee jetzt gibt es erstmal lecker kaffee normalerweise hat man kessel dabei aber ich habe hier kein kessel den habe ich gestern gekauft diesen topf weil ich habe mir gedacht lieber zwei einholen so kann ich direkt was braten drin kann auch direkt mal kaffee machen schönen pulverkaffee 3 1 so und die nächste etappe geht von lorsch bis nach rüdesheim aber gestern haben wir es ja nicht geschafft weil ich habe auch nicht so viel zu trinken dabei gehabt wie gesagt ich werde gleich mal einkaufen gehen aber ich habe jetzt flaschen zu trinken genug da und heute soll es auch wieder richtig tolles wetter geben ja dann geht es gleich mit der unterführung gibt es noch eine bäckerei da würde ich sagen da gehe ich nachher in der bäckerei gehe ich noch ein brötchen holen und ein paar zwei drei wäckchen und dann geht es auch weiter so jetzt bin ich gerade jetzt glaube ich gerade richtung reinstieg und jetzt sehe ich gerade links neben mir ein großes schild nachtruhe von 22 uhr bis um 6 uhr wie in den zügen ja ich denke mal dass die anwohner da präsentiert haben und kam da nicht richtig durch auf jeden fall habe ich keine nachtruhe gab von 22 uhr bis 6 das war einfach nur katastrophen und ich würde sagen damit habt ihr einwohner von lorsch ich denke mal verloren naja ich hatte alles andere als die dachtruhe von 22 uhr bis 6 das wäre natürlich schön jetzt gehe ich natürlich ein bisschen weiter mal gucken jetzt gehe ich links runter ich muss ja wieder auf den berg kauf heißt also hier müsste ich hoch einmal gucken oder hier rum keine ahnung hallo moin ich habe eine frage der aufstieg geht hier lang bitte ach bei der kirche ach die kirche ist da vorne ja glaube ich auch noch gucken irgendwo in welche richtung wollen sie denn jetzt mal lorsch richtung hildesheim rüdesheim also nach süden genau dann ist da lang das muss nicht an der kirche orientieren die muss nicht irgendwo sein und da müssten auch diese r sein super danke euch schönen tag sehr nett rüdesheim genau also praktisch hier links rum zur kirche ja da gucken wir doch mal ja 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 Ja, jetzt bin ich natürlich an einer wunderschönen alten Kirche angekommen. Die ist genau hinter mir. Die sieht so richtig toll aus. Schaut mal, richtig toll. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch da mal rein. Toll, wunderschön. Das ist wirklich schön. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal rein. Ui. Was für eine schöne Kirche. Hier brennen schöne Kerzen. Hier vorne haben wir noch einen ganz alten Altar. Hier sieht man so schlecht, ne? Schade. Hier, hier. Hier. Toll. Hier. Ja. 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 Schaut euch das an Freunde, alles wunderschöne Weintrauben. Schön dunkelrot. Guckt euch mal wie schön das aussieht. Alles voll. Hier ist auch nochmal schön, alles voll hier, guck mal. Toll. Alles schöne Weintrauben. So, jetzt habe ich circa eine Stunde habe ich noch Wanderung vor mir und dann denke ich mal so 16 Uhr werde ich dann ankommen, aber nicht in Rüdelsheim. Das ist der Vorort und da kann man natürlich auch noch einkaufen und alles. Da soll noch ein Sessellift sein, der hochführt zu dem Berg wieder. Das wäre natürlich ein super Vorteil für mich. Da brauche ich nicht alles wieder hochlaufen. Ja, mal schön. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, was alles so, was mich alles überrascht hier auf den Rheinstieg. Aber bis jetzt war das ein echt, ein echt toller Trip hier. Echt tolle Tour. Muss man wirklich lassen. Und ich habe echt jede Menge Spaß gehabt. Ich habe zwar jetzt nicht alles auf der Kamera, weil ich so in meinen Augen erblicken konnte. Aber es war schon wirklich genial. Ja, wie gesagt, ich möchte irgendwann den Rheinstieg komplett laufen. Von Königswinter, Köln-Bonn-Königswinter bis nach Kaup, weil ich da ja auch angefangen hatte. Ja, und dann habe ich so ziemlich fast alles durch. Bis auf die kleinen Unterbrechungen. Aber von dem Aufstieg habe ich natürlich auch alles so miterlebt. So, und jetzt geht es natürlich auch schön weiter. Was ich natürlich auch schön finde, ist auch hier die riesengroßen Mauern hier. Von den Weinbergen. Das ist natürlich auch so sehenswert, wenn man bedenkt, wie alt die sind. Toll, hier ist schon alles zugewachsen. Hier geht zwar eine Treppe rauf, aber hier ist alles zugewachsen. Hier, hier oben. Toll. Richtig dicke, fette Monstermauer hier. Ja, Freunde. Herzlich willkommen hier in Ansmanns-Aßmannshausen. Jetzt bin ich hier angekommen. Das war auch ein verdammt langer Weg hierhin. Jetzt gucke ich mal, dass ich irgendwas zu trinken kriege, was zu tröppeln bekomme. Und dann, ja, schaue ich mal, ob ich irgendwo was einkaufen kann. Und dann würde ich sagen, da oben kann man schlafen. Dann würde ich sagen, da suche ich mal noch ein Plätzchen da oben aus. Ja, dann gucke ich einfach mal. Hallo. Hallo. Danke. Also, auch die Leute hier alle sehr, 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 sehr nett. Muss man lassen. So, dann gucke ich jetzt mal, wie es hier weitergeht. Hui. So, Ansmannhausen, Ansmannhausen sind wir hier. So, dann gucken wir noch mal weiter. So, da gehe ich jetzt mal runter. Bisschen hier ins Wasser. Oh, meine Füße ein bisschen vertreten hier. Mal gucken hier zwischen den Bäumen hier. Ach, hier geht es weiter. Ach, hier ist es toll. Hier kann ich ein bisschen meine Füße reintun. Oh, Freunde, tut das gut. Boah, was tut das gut. Das tut so gut hier. Herrlich. Guckt euch diese wunderschönen Häuser an. Nur mit den wunderschönen Gärten hier. Klasse. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig toll aus. Und das Gebäude da oben. Alles alte Gebäude stehen hier rum. Guckt mal das hier auch schön. Ah, nur dazu mal. 13. Jahrhundert. Nee, 16. Sorry. Wahnsinn. Ah, so ein Restaurant. Da hinten sind Pensionen und Restaurants. Wunderschöne Gebäude hier. Leute, ich habe gerade leckere Pizza gegessen. Ich bin voll ohne Ende. Drei, also drei Gläser Cola habe ich getrunken. Oder vier Gläser Cola. Also ich hatte einen Brand gehabt ohne Ende. Ja, jetzt sind wir hier natürlich in Ansmannshausen. Bin ich natürlich wieder hier. Jetzt führt hier eine Seilbahn hoch. Man sieht auch hier, ist hier so ein bisschen angezeichnet, die ganze Seilbahn, die hochführt. Aber ich möchte mir lieber Geld sparen. Und ich werde jetzt nicht mit der Seilbahn hochfahren. Ich werde auf jeden Fall jetzt alles hochwandern. Und ja, und dann will ich hochwanderen zum Janschloss Waldhotel. Ungefähr da die Ecke. Und da will ich dann später oben mein Zelt aufschlagen. Und ich denke mal, bestimmt anderthalb Stunden brauch ich schon wieder, bis ich oben bin. Und hier sind Leute, die machen ein bisschen Musik. Junge und Söhne, hier sind so alte Häuser. Ganz, 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 ganz alte Häuser sind hier. Hier machen sie live Musik. Ja, Wein kann man natürlich auch hier kaufen. Jung und Söhne, auch ganz alt. So, Wein gut, kann man Wein kaufen. Wenn er nicht getrunken hat, was hat er aber nicht mehr. Nee. Wir sind auf jeden Fall nicht in Köln. Jahrhundert hat er nicht mehr. Und wir sind in ein Blinden. Und wir sind auf jeden Fall nicht. Ja, Russisch hat er nicht mehr. Also das ist doch mal schön, wie die Menschen hier schön glücklich sind und das ist doch was anderes. Ja, klasse, der Ende ist es am Klaschen, jetzt haben sie aufgehört zu spielen. Ja, auf jeden Fall kam das Lied mir sehr bekannt vor, das hat letztes Mal glaube ich auch der Rolling Stones gespielt, aber gut, toll. Das ist natürlich auch sehr schön, mit der Maria hier, der Reinstieg, der geht natürlich hier weiter, knallhart bergauf. Hier haben wir auch noch eine kleine Maria stehen, auch süß. So, jetzt wird es wieder ernst. Ja, Freunde, jetzt bin ich wieder auf diesem Aufstieg. Also irgendwie, mein Plan irgendwie, da vorne ist die Seilbahn, die Seilbahn fährt aber nicht mehr, bis nach oben hin. Das heißt also, mein Plan ist hier wieder nicht aufgegangen und irgendwie ist es total kurios, egal wie ich plane, egal wie ich laufe, es kommt immer ganz anders raus, als ich eigentlich vorhabe. Aber gut, so ist es halt. So, jetzt geht es natürlich auch ganz, ganz rauf. Okay, hier hat man natürlich eine wunderschöne Aussicht, wenn man schaut Richtung Rhein. Dann ist es natürlich da lang und ja, die kleine Altstadt hier unten, die ist auch so süß und traumhaft schön. Ja, jetzt wollte ich eigentlich die Lotte fliegen lassen, aber hier sind die ganzen Leute, die sind schon so am gucken, wenn man hier wandert. Und wenn ich natürlich dann hier die Drohne rauslasse, lasse ich fliegen, ja, das kommt eigentlich nie so gut an. Deswegen lassen wir es lieber, wenn ich die Drohne woanders losfliegen lassen und ja, ich freue mich mal, wie es so ein bisschen weitergeht. Jetzt schauen wir mal. Hallo, ich denke mal so zwei, zweieinhalb, zwei Kilometer sind wir dann angekommen. Da sind sie nackig. Auf dem Balkon, die sind dann nackig. Da sind sie puddelnackt. Cool, ganz nackig. Na ja, gut. So soll es doch sein. Plus nicht schämen. Plus nicht. Ist das toll hier. Also richtig aufregend. Ja, also wenn ich hier gucke, geht es auch steil rauf mit dem Seilzug hier. Hier geht es natürlich auch weiter. Da bin ich auch wieder extrem wieder am Laufen. Und ja, mal schauen, ob ich oben ein schönes Plätzchen kriege zum Schlafen. Da gucke ich einfach mal. Hier haben wir schon eine Bank. Hier könnte ich eigentlich schon mein Zelt aufschlagen. Richtig nice. Und ich habe natürlich auch eine wunderschöne Aussicht zum Rhein. Und eine tolle Aussicht hier zu der Burg. Toll. Und hier oben haben wir den Jesuskreuz. Und hier oben haben wir den Jesuskreuz. Und hier oben haben wir den Jesuskreuz. Das ist so, was wir tun. Und hier oben haben wir den Jesuskreuz. das hier ist mein schatten hallo sieht ihr die meile entlang die meile die meile entlang die meile guckt euch das mal an jetzt gerade ist ein land rover an mir vorbeigeflogen eine richtig tolle karre mein liebermann ja ich denke mal der mann hatte die schafft der so ein auto fährt ja und hier sieht man natürlich auch die kleine insel ich habe da ganz hinten gestartet die sonne noch leuchtet sieht man vielleicht durch die kamera nicht so ich weiß es nicht und wie war geht es hier weiter und nachher sind wir oben an einem schlafplätzchen angekommen da oben der pilz aber guckt euch das mal an wie toll das aussieht wie die sonne hier schön hier auf der mauer drauf knallt ist das nicht toll ja leute ich habe hier mein schlafplatz gefunden hinten wollte ich eigentlich schlafen an diesem runden ja türmchen da aber da sind jetzt leute da sind leute da sind zwei junge männer weil hier diese nacht gibt es irgendwie so leuchtspiegel hier am rhein hier wenn man genau hier unterschaut gibt es hier leuchtspiegel da denkt man sieht man verschiedene bunte lampen die auf das schloss scheinen oder keiner vom schiff keine ahnung auf jeden fall bin ich hier jetzt nicht so alleine wie gesagt da wäre ich jetzt gerne aber es ist jetzt zu voll weil hinten sind alles leute ja und ich mache mich jetzt hier in diese ecke hier ich bin hier ein bisschen wind geschützt und hier ist natürlich auch die die wand natürlich warm von der sonne ja hat natürlich die ganze wand den ganzen tag aufgewärmt und deswegen finde ich das gut wenn es da ein bisschen kühler ist man hat immer noch ein bisschen ja man ist ein bisschen wind geschützt hier und ich finde es echt gut ist ein bisschen so eine coole mäßig da sieht man natürlich jetzt in dem video aber ist halt nur so cool mäßig und ich würde sagen jetzt werde ich das mal alles aufbauen und genieße jetzt erstmal den abend und eventuell heute noch die beleuchtung die unten am rhein stattfindet ich würde sagen ich freue jetzt mal alles auf so leute hier habe ich nun ein zelt aufgebaut meine tasche liegt dahinter und hier kann man sich auch gut gehen lassen hier haben natürlich schöne beleuchtung hier sieht ja freunde jetzt habe ich etwas zu trinken handy an mit ein bisschen musik so und jetzt genieße ich natürlich auch die zeit die sonne geht hinten ist auch schon runter gegangen wie gesagt ich habe hier wunderschönen blickrichtung rhein das sieht natürlich auch super toll aus ja und dann so eine burg die ist natürlich auch am leuchten da hinten wieder einfach nur klasse ja freunde ich würde sagen hiermit beende ich nun diesen zweiten teil von diesem rein stieg es gibt auch keinen dritten teil mehr ich werde morgen früh sofort abfahren ab nach hause ab erst mal nach kauf zu meinem auto und dann erst mal schön langsam nach hause fahren ich würde sagen lassen leiter und abo darüber freuen wie gesagt freunde bleibt gesund schwingte hot marit jodt und wie gesagt lassen leiter und ein abo ich wiederhole es noch mal da würde ich mich sehr darüber freuen ja ich würde sagen gute nacht und haut rein ja einen wunderschönen guten morgen darf ich herzlich willkommen heißen hier halb neun hier oben an den weinberg ich melde mich noch mal weil ich euch einfach noch mal so das lichtverhältnis zeigen möchte wo gerade hier die sonne am rhein scheint und hier sind natürlich die schön weinrebe die sieht man natürlich auch hier am weinberg also ich habe hier ein wunderschönes ja sommerliches wetter gerade jetzt gerade jetzt hier wo es erst so gerade ist halb neun ist und das finde ich echt toll ja das wollte ich nochmal gezeigt haben ja und jetzt verabschiede ich mich aber wirklich ich würde sagen bis zum nächsten mal euer sascha früchte touren malet jodt schwingt der hot jetzt bin ich aber wirklich weg so leute schaut mal wie es aussieht wie toll das aussieht guckt euch das mal an hier guckt euch das mal an guckt euch was ich verhältnis an hier ist das nicht klasse richtig traumhaft hier richtig toll ja leute ich befinde mich gerade hier auf dem bahnsteig jetzt warte ich noch bis der zug kommt der fährt jetzt richtung kaub da steht mein auto und dann geht es auch richtung heimfahrt so geht es mir eigentlich ganz gut bis auf meine kniekehlen hinten die tun mir extrem weh also wenn ich hier mein bein hier zusammen tue dann extra dann spüre ich das natürlich schon so leute assmannshausen so heißt der bahnsteig so heißt die station hier assmannshausen so jetzt warte ich bis der kommt und dann geht es ab nach hause und wenn man so schaut sieht es natürlich richtig klasse aus hier noch wenn man noch hinten noch die berge sieht hier oben also es sieht verdammt toll aus so Freunde jetzt verabschiede ich mich aber jetzt 100% und ich würde sagen bis zum nächsten mal jetzt ist aber auch wirklich Schluss ciao so so